Nr die Leute hallo und er kommt an einen neuen folgen mein Kroft Skywalks hier in Folge 20 mit dem lieben Anton du bist für die irgendwas für mich eine brustplatte du hast ja hier in dem schul und helm habe ich auch noch für dich als die blöcke 16 warum die fliegen wir von hinten und dort ist gut egal du hast du ich glaube wir haben mal kurz nach der aufnahme mal kurz ob jemand kommt das kannst du wohl machen oder blau wir haben null punkte gehe ich jetzt mal von außen da liegen glaube ich schnell die kölz denken ja achtung achtung ich weiß obendrauf ist ein na da ist mir gerade ziemlich rein guck einfach nur kurz ob keiner kommt ich muss mal hier ein bisschen aussortieren ich habe drei schnelligkeit tränke auch regeneration kann ich auch mal hier irgendwo hinpacken hier goldschwert brauche ich nicht da der mich nicht verbrannt hat ist das wahrscheinlich kein mega ops für das ja 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 sie kommen her mit der schutz vier postplatte waschen ja und ja die angeblich von weg gefetzt aber nicht ich weiß ich stand ja auch hinterm haus ist es sind ja nur gut wenn ich halt auf die andere seite weder alle anzündet ja bringt ihm doch trotzdem nichts ich meine gleich hat der keine insel mehr nicht ich der halbe schon weg da oben da ist vorbei gesprungen da unten ist okay das auch aus der welt gesprungen gibt noch ein team braucht eher ein team wie ein team und ein spieler selbst die haben so schlechtes equip alle drei würde eines da und die haben beim klatschen locker und die sind bei einer slow life sind ein hp einer hat ein hp der untere so damit habe ich die quest auch heute erfüllt nämlich ein teamspiel gewinnen ja nice warte mal habe ich jetzt irgendwas geiles bekommen na keine mystery chest aber ich kann ein package öffnen und dann mache ich direkt mal ich auch die diese 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 kreis opening so ich gebe noch ein zweiter zum small back wohin denn sonst boah mein ding ist prünzt per pro habe ich schon die scheiße ja aber das bringt uns das das kann ja kostet zeit aber wir haben das kostet zeit ich bin zu langsam hast du ja der ist weg ich habe ja vom kit aus dass Prozent der gut dann schluss wir können mit dem auch nicht so und auch der ist ein bisschen stärker er achtet aber nicht drauf ja auch weg ich weiß weil das bürger hier vor die erste Brust da hinter dir das war so eine Art und ich habe noch ein Helm der Brust und Schuhe passend für dich da also ich bin er auch gekauft da werden du hast noch nicht mehr das ist die Ecke das sind schwer Prozent ich habe noch mein Goldschwert und nun falls ein Steinschwert aber mein Goldschwert ist halt besser als das Steinschwert das war ein Stück 8 Blöcke ich habe noch ordentlich was aber wir gehen mal hin das ist ja ich kipp dir kurz Blöcke ja warte er war einfach raus wir sind ja nicht viele ne ne ich hab noch einen neuen Stick ha 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 damit kannst du ja Achtung Achtung hoch ne ficken ich bin doch ich bin auch gerade jemand am klatschen ja hier oben ist aber direkt einer ja ich komm wenn ich noch nicht spät bin dann helft du mir klatschen klatschen aber sowas von oder auch nicht klatschen klatschen von wo von wo werden wir abgeschossen du schießt doch oder nicht aber es hier gibt es der ist runter der ist im Wasser warte nicht runter nicht runter nicht runter der ist so gut down äh kann man das Wasser nicht einfach zubauen kann man auch einfach runterschießen ist aber ist aber asozial bye bye der kann sich da unten noch retten glaube ich nein der kann nur noch Blöcke da unten platzieren ok jetzt nicht mehr jetzt ist zu spät wir haben runtergeballert enderperlen fünf stück hier in der kiste Achtung nächste wo denn warte komm zurück komm zurück nimm das hier machen wir eine ich schieße die andere ab Hilfe ich muss mal looten weil du nicht lootest du Lutscher was willst du denn jetzt während hier eine ist dann nehme ich halt jetzt allein genau der soll hier sich da und was willst du hilter 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 gut hatte ich mitgeheilt oder ja ja guck mal wie nett die hollade die leute heutzutage schon sind der ist weg mal schnell Wasser zubauen hier hast du Pfeile bekommen äh weil ich haben die abrufen zu spielen und hier ist nicht dieses zwei Stärken fünf Bögen drin ja aber es ist mir egal ich brauche halt irgendwas besseres als Schwert ich habe halt nur mein Goldschwert weil die sind alle weg ich brauche immer alle Wasserfälle zu und ich auch habe schon Dörmichiner nicht da drüben kommt einer ich habe keine Blöcke mehr ich habe einfach keine Blöcke mehr ich habe fünfzeiten Enderpellen aber keine Blöcke dann tut mir mal eine Enderpelle ja du wolltest doch keine aufnehmen ich habe gesagt ich habe doch gesagt ja Alter ich habe den erstmal getötet war vielleicht in dem Moment ja hier hier hinter dir hast du schon eine Diabrost na ich habe nichts da ich habe dir eine getötet hinter dir na ich warte ich lute ja was guck du erst mal ich warte auf die Diabrost der kommt der kommt jetzt eh ich wette 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 1 ich habe nur das Billow Goldschwerde er kann aber nicht weil unsere Lora den so abfuckt oh hier ist noch eins drin theoretisch könnten wir uns mit Enderpellen werfen aber wenn wir dann runter ne wir haben mehr wieviel Enderpellen hast du? 7 Alter die Lora fickt den richtig hart geh hin komm was will der denn hier? der kann uns doch gar nicht ziehen ja nice so 2 haben wir jetzt ne? ja ja wir haben jetzt 2 Siege enteinander ich meine wir gehen jetzt mal davon aus dass wir letzte Folge keinen hatten ähm ich weiß jetzt nicht wie lange die Aufnahme ist ich würde sagen das war eigentlich 2 gelungene Siege und ich bedanke mich fürs Zuschauen haut rein bis zur nächsten Folge euer Löwe und der Anton verabschiedet sich auch nochmal ja bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.